Na ihr Radis, moin moin, ich bin's, Skadi der Radie. Ja, ich freue mich, dass ihr hier zuschaut und wollte eigentlich nur noch ganz kurz die Möglichkeit nochmal nutzen und sagen, na, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, morgen am 6. Mai 2019 geht's auf meinem Kanal endlich nach knapp 2 Jahren oder 1,5 Jahren wieder los. Ich freue mich drauf, morgen um 14 Uhr kommt Minecraft, um 15 Uhr kommt ein neues Projekt und um 16 Uhr kommt The Talos Principle. Ja, schaltet doch gerne wieder ein, ich würde mich auf jeden freuen, den ich wieder in den Kommentaren sehe. Macht's gut und bis morgen, euer Skadi der Radie, moin.